Chuck Norris kommt nicht zu spät zum Bewerbungsgespräch. Der Chef kommt zu früh. Chuck Norris war der Erste auf dem Mars. Deswegen gibt es dort auch kein Zeichen für Leben. Chuck Norris hat das Flugzeug erfunden, weil es ihn aufgeregt hat, dass er der Einzige war, der fliegen konnte. Als Chuck Norris seinen BAföG-Antrag gestellt hat, hat er noch am gleichen Tag das Geld bekommen. Chuck Norris kann Zeichensprache hören. Chuck Norris kann mit offenen Augen niesen. Chuck Norris ist zu jeder Mahlzeit ein Steak. Meistens vergisst er vorher, die Kuh zu schlachten. Das Finanzamt schuldet Chuck Norris Geld. Bevor der Weihnachtsmann ein Geschenk für Chuck Norris vergessen hat, war er echt. Chuck Norris benutzt Pfefferspray, um sein Steak zu würzen. Wenn Chuck Norris im Russisch Roulette verliert, will er eine Revanche. Chuck Norris kann einen Fisch ertränken. Als Chuck Norris von zu Hause ausgezogen ist, sagte er seinem Vater, du bist jetzt der Mann im Haus. Chuck Norris kriegt die Eismaschine bei McDonalds an. Chuck Norris kann ein Nokia-Handy zerbrechen. Das Angebot, die Welt zu regieren, lehnte Chuck Norris ab. Er sucht aktuell einen Vollzeiter.